Da draußen rennen hunderte Gurus herum und es gibt tausende Bücher, in denen dir erklärt wird, was du wie machen sollst. Und wenn du es so machst, dann hast du Erfolg und kannst dich gut managen. Sorry, aber das ist Bullshit. Und warum das so ist, das verrate ich dir in diesem Video. Und damit hallo und herzlich willkommen. Da draußen am Markt sind viele, viele spannende und auch zugegebenermaßen tolle Bücher. Zum Beispiel Eat the Frog von Brian Tracy oder Devon Singh von Gary Keller. Und das sind alles wunderbare Bücher, aber das sind keine ganzheitlichen Systeme. Das ist das große Problem. Die Kernaussagen in den Büchern sind auch durchaus in Ordnung und passen auch. Aber, und das ist das Hauptproblem, sie drehen nur an einer winzigen Stellschraube und nicht am gesamten System. Ja, ich weiß schon, in den Büchern wird ein bisschen mehr erklärt. In der Eat the Frog von Brian Tracy geht es im Prinzip aber im Großen und Ganzen darum, dass du die unangenehmste Aufgabe als erstes erledigst. Und bei The One Thing von Gary Keller geht es darum, dass du die wichtigste Aufgabe, dass du dir enorme Priorität gibst. Und ja, beides ist vollkommen richtig. Aber, was ist mit dem Drumherum? Was ist mit den anderen Dingen? Da fehlt doch noch unheimlich viel für ein gutes Zeitmanagement, für ein gutes Selbstmanagement und vieles, vieles mehr. Das heißt, viele der Gurus, die da draußen herumrennen und natürlich auch viele Bücher behandeln zwar Stellschrauben und sind inhaltlich top. Alle beide Bücher kann ich dir absolut nur ans Herz legen und sind wirklich top. Aber sie werden deine Zeitmanagement-Probleme, deine Selbstmanagement-Probleme nicht lösen. Es sei denn, du liest hunderte davon. Dann vermutlich schon. Aber auch dann stehst du noch vor der Herausforderung, aus diesen hunderten Büchern ein ganzheitliches System zu machen. Und auch das ist alles andere als einfach. Und die zweite Kategorie, die es da draußen gibt, sind die Kategorie, wenn du das eins zu eins kopierst, so wie ich es dir erkläre, dann funktioniert es bei dir auch. Die Gurus, aber auch in vielen Büchern. Mach es genau so, wie ich es mache. Tampel es mir eins zu eins mache. Ich bin damit super erfolgreich. Also wirst auch du damit super erfolgreich werden. Ja, die traurige Nachricht ist, nein, so funktioniert es leider auch nicht. Du wirst nicht erfolgreich werden, wenn du jemanden kopierst. Und das hat auch gute Gründe. Dein Leben ist ein ganz ein anderes. Dein Arbeitsumfeld ist ein ganz ein anderes. Dein Charakter, deine Herangehensweise, deine Dinge, die Art, dich zu motivieren, das sind alles andere Dinge. Wir können uns nicht eins zu eins mit einem anderen Menschen kopieren. Das ist de facto unmöglich. Und deswegen ist es auch unmöglich, im Zeit- und Selbstmanagement etwas eins zu eins zu kopieren. Ja, du kannst vielleicht an der Börse ein Trading-System nachbilden und bist mit diesem Trading-System dann genauso erfolgreich wie derjenige, der dir das vorbietet. Aber selbst da muss das nicht unbedingt der Fall sein. Und im Zeit- und Selbstmanagement ist es absolut nicht der Fall. Weil du einfach vollkommen anders bist als der Guru oder der Buchautor, der dir genau das erklären will, dass du das eins zu eins so nachhampelst. Du wirst also nicht erfolgreich werden, wenn du das tust. Du wirst nicht erfolgreich werden, wenn du nur an den kleinen Stellschrauben drehst und nicht am gesamten System. Und du wirst nicht erfolgreich werden, wenn du eins zu eins das System von irgendeinem Autor oder irgendeinem Guru da draußen nachhampelst. Das wird dir nicht gelingen. Und ich will hier ehrlich zu dir sein, auch ich habe so begonnen. Auch ich habe begonnen, dass ich meinen Freunden und meinem Umfeld mein System erklären wollte. Und die mussten dann unbedingt das umsetzen. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass das nichts wird und dass die alle damit gescheitert sind. Sondern, dass es einfach sinnvoll ist, den Leuten zu erklären, ihr eigenes System, ihre eigene Methodik zu erstellen. Das ist nämlich genau das, was zählt. Und genau aus diesem Grund habe ich in den letzten fünf Jahren auch ein eigenes System entwickelt. Ein eigenes System entwickelt, das genau darauf ansetzt, dass du nämlich nicht irgendeine 1 zu 1 Kopie bekommst, sondern, dass du etwas zur Verfügung gestellt bekommst, wo derjenige, der ein besseres Selbstmanagement, ein besseres Zeitmanagement sich aneignen will, erklärt bekommt, wie er sein eigenes System, seine eigene Methodik aufsetzen kann. Ein System und eine Methodik, die genau zu ihm, zu seinem Charakter, zu seinem Leben, zu seinem Arbeitsumfeld, zu seinem privaten Umfeld und dem Ganzen dazu passen. Das ist das Wichtigste. Es muss zu all diesen Dingen nicht exakt passen, aber ziemlich genau passen. Und nur dann, nur dann wirst du mit deinem Zeit- und mit deinem Selbstmanagement-System Erfolg haben. Und ja, deswegen gibt es Selbstmanagement Rocks, die Selbstmanagement Rocks Laster Class. Dort bekommen die Teilnehmer zunächst mal einen Fragebogen, wo wir eine Stärken-Schwäche-Analyse machen. Und anhand dieser Stärken- und Schwäche-Analysen gibt es dann einen individuellen Kursplan. Auf Selbstmanagement Rocks gibt es mittlerweile über 40 Kurse. Und niemand muss diese 40 Kurse machen. 10 bis 15 Kurse reichen vollkommen aus, wo wir genau auf die Schwächen eingehen, wo wir genau schauen, wo hapert es. Wenn es bei einem an den Planungsskills arbeitet, dann werden wir versuchen, dem ein Planungssystem an die Hand zu geben und mit ihm gemeinsam zu entwickeln, das für ihn super passt. Wir sagen dir in den Kursen also nicht, so eins zu eins musst du das machen und dann wird es erfolgreich werden. Nein, wir erklären dir, wie du dein System aufsetzt, das an deine Bedürfnisse, an deine Voraussetzungen angepasst ist. Und wir sagen dir natürlich schon auch, dass es Versuch und Irrtum braucht. Du musst natürlich erst herausfinden, passt das zu mir oder passt das nicht zu mir. Und deswegen ist es auch ein Prozess, der nicht in einer Woche oder in zwei Wochen abgehandelt ist. Niemand, der ein Buch liest, hat dann sein Selbstmanagement im Griff. Nein, das funktioniert nicht. Du musst das als Projekt sehen, als Projekt über ein Jahr oder als Projekt über die nächsten 18 Monate noch besser. Dann wird es funktionieren. Weil so kannst du immer versuchen, okay, das ist das System, da gibt es die verschiedenen Varianten. Welche Variante passt am besten zu mir? Ich versuche mal Variante 1, oh, passt nicht. Dann nehme ich Variante 2, passt schon besser. Aber vielleicht ist genau Variante 5 die richtige für dich. Das musst du ein bisschen durch Versuch und Irrtum herausfinden. Natürlich kannst du schon vieles abschätzen, weil du ja in der Vergangenheit schon Erfahrungen gesammelt hast. Aber genau das ist das Wichtigste. Genau das ist das, was zählt. Nämlich dein eigenes System, deine eigene Methodik zu schaffen. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten, das zu tun. Möglichkeiten Nummer 1, du versuchst weiter hier bei YouTube oder in vielen verschiedenen Büchern dein Glück. Das ist natürlich legitim. Dann wünsche ich dir viel Spaß damit und ich wünsche dir auch viel Zeit, die du dafür brauchst. Weil das ist natürlich ein enormer Aufwand, sich das anhand von YouTube-Videos, die willenlos aneinandergereiht sind. Oder anhand von vielen Büchern sich das anzueignen. Das ist natürlich etwas, was viel, viel Zeit braucht und du siehst dieses Video wahrscheinlich nicht, weil du in Übermaßen Zeit hast. Nehme ich zumindest jetzt einmal an. Oder du gehst es ernsthaft an. Und meine Einladung an dich ist, teste die Selbstmanagement-Rocks-Masterclass. Du kannst das 14 Tage risikolos tun, denn es gibt eine 14 Tage Geld-Zurück-Garantie. Du kannst 14 Tage dir alles in dieser Masterclass ansehen. Jeden einzelnen Kurs, jedes einzelne Video, alles, was du da drin findest. Du wirst es in 14 Tagen gar nicht schaffen, aber du kannst es tun. Du kannst reinschauen und du kannst dir anschauen vor allem, wie sind die Videos, wie sind die Kurse aufgebaut. Mach den Fragebogen, du kriegst einen individuellen Lehrplan. Mach den ersten Kurs, sieh dir das an und dann sieh dir an, ob dieses System nicht vielleicht das intelligentere System ist. Nämlich nicht dir etwas vorzugeben und du kaufst das 1 zu 1 nach, sondern dir dabei zu helfen, dein eigenes System, deine eigene Methodik zu entwickeln, die genau zu dir passt. Und wenn du innerhalb der 14 Tage drauf kommst und sagst, Thomas, du bist der gleiche Pisser wie all die anderen Gurus, dann schickst du mir einfach eine E-Mail und schreibst, Thomas, du bist genau der gleiche Pisser wie all die anderen Gurus und du bekommst dein Geld zurück und alles ist gut. Oder aber, du kommst drauf, das funktioniert. Ich kann mit den Anleitungen, die ich in der Selbstmanagement Rocks Masterclass finde, finde mein System aufsetzen. Ein System, das zu mir und zu meinen Voraussetzungen passt. Und wenn dem so ist, dann wird es vielleicht 12 Monate dauern, vielleicht auch 18 Monate dauern. Aber du wirst Step by Step erfolgreicher ein Top-Zeitmanagement aufbauen und wirst ein absolut cooles Selbstmanagement haben. Ich sage nicht perfektes Selbstmanagement, weil ich der Meinung bin, dass es das nicht gibt. Dazu ist das Leben einfach zu abwechslungsreich. Aber ein cooles, ein effizientes und ein effektives Selbstmanagement haben. Wie auch immer du dich entscheidest, ich wünsche dir viel Erfolg dabei, weil deine Zeit, und das ist ganz, ganz wichtig, ist das wertvollste Gut, das du besitzt. Also geh achtsam mit deiner Zeit um. In diesem Sinne, viel Erfolg und genieße deinen Tag.